Moin Moin! Ich freue mich euch die nächste Tanki präsentieren zu dürfen, die Tanki Nummer 62. Kundenwunsch war grün mit Gold und da habe ich meiner Fantasie immer wieder freien Lauf gelassen. Ist auf beiden Seiten mit Pentatonik bestimmt und was mich sehr freut, die kommt im Einsatz im Traumata-Bereich, im Therapie-Bereich. Also auch dafür, wer Interesse hat oder wer jemanden kennt, wer ein schönes Geschenk für jemanden sucht, der Klangtherapie oder irgendetwas macht, könnt ihr euch gerne melden. Dann machen wir nochmal ein kleines Klangbeispiel. Ja, die ist auf beiden Seiten wieder mit 10 Tönen. Die andere Seite ist wie immer nochmal eine andere Stimmung. Stimmung. Und hier noch einmal auch. Man kann sie natürlich auch mit den Fingern spielen. Ja, bei Interesse einfach bei mir melden, die E-Mail-Adresse steht unten drunter. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr genießt den schönen Abend. Bye! Bye!